Masaki Aiba, auch Aiba Chen genannt, ist japanischer Sänger und Schauspieler. Er ist Mitglied in der japanischen J-Pop-Gruppe Arashi. Aiba hat schon in einigen Fernsehserien und Filmen mitgespielt. Er hat früh Saxophon gespielt, darf dies aber nicht mehr, da er wegen eines kollabierten Lungenflügels operiert werden musste. Filmografie, Fernsehserie 1997, Bokurano Yuki 1998, Shonentashi 1999. P.P.O.I. 2001, Mukudono 2003, Jokono Mikata 2003, Yankee Boku in Ikeru 2006, Triple Kitchen 2006, Kuitan SP 2009, Maigure 2010, Saigono Yakushoku, Filme 2002, P.K.Sternchen in CHI Live Is Harta Kedo Happy 2004, P.K.Sternchen Sternchen in CHI Live Is Harta Gakara Happy 2007, Kieroi Namida